dann machen wir noch eine folge wie es sagen es immer noch zugange was dann lasse ich mal schauen was haben wir noch so schönes effekt die 6.500 das haben wir hyper x fury 8 gb haben vielleicht etwas besser was dass hier defekt grafikkarte rx 570 was natürlich auch so ein bisschen auf meinem budget achten immer die hier was du kaputt data 650 watt auch direkt jetzt alkohol 1000 überziehen weil ich werde ich hier gut was los hier du musst du musst den einzelkern und du musst das andere machen damit du den gesamten wert bekommst ok die pc sind achte die pc sind schon dabei natürlich jetzt doof jetzt kann ich dann natürlich noch nichts machen ich bin zum beispiel schon mal bekleben und hier dieses radiergummi überhaupt das finde ich jetzt irgendwas angespülter kommen wir machen muss er dran aber kann ich das wieder weg machen machen dann ist dann nehmen wir dennoch Emojis sind aber auch verdammt groß, ne? So, bei dem war die SBO kaputt, aber ihr seht ja auch schon am Wert, was eigentlich kaputt ist, ne? Das ist mit dem niedrigsten Wert, das war es kaputt, glaube ich. In dem wissen wir ja, dass die CPU kaputt ist, von daher ist das ja okay. Weil wenn ihr die jetzt, kannst du jetzt auch sogar reinigen, ja, oder halt austauschen, kannst du die Sachen auch, wollen wir nicht. Okay, der ist fertig. Mach mal so ein schönes Blau hier aus Glas. Das war auch vorne drauf, vorne könnten wir so ein schönes. Alles rosa machen, so ein violett. Sieht doch gar nicht so schlecht aus, ja. So ein hässiger Clown, vorne drauf. Boah, eigentlich mal gar keinen Bock drauf. So, schmeißen wir den direkt hier vornherein, unsere Verkaufschancen müssen wir ihnen noch einen Namen geben. Äh, Mainz. Verkaufschancen, 870, ich hätte aber ein bisschen mehr gerne, ich hätte so 1200 dafür. 63 Prozent, aber gucken, vielleicht verkaufen wir dir, wer weiß. Alles was über 50 Prozent ist, kann man verkaufen, auch wenn es länger dauert. So, bei dem brauche ich noch die Festplatte, äh, die CPU. So, Kollege, wie sieht es bei dir aus, hier, was an mir, niedrigste Artic Freezer HyperX, ach, guck mal, da brauche ich denselben sogar. Die hat sogar 16 GB, aber ist nicht schlimm, machen wir einfach einen neuen rein. Hätte ich gar nicht machen brauchen, kann ich einfach austauschen. So, da machen wir Tools rein, USB-Stick rein, ich mach's mal den schon mal an. Baummodus, jetzt weiß ich auch, wo man so viele, ähm, Fetze hat, da kannst du halt so viel auseinanderschrauben hier. So, was ist mit dir hier, lass mich mal schauen, was haben wir hier. A data, ach so, da war das, das war das Netzteil. Da habe ich denn noch so eins, was ist wie neu, der ist kaputt, der ist kaputt. Auch mit denen da ein. Das Kabel, ja, ich bin gerade dabei, die Kabel an zu schließen. Wer lässt mich ja nicht? Verdammt. So, dann machen wir auf jeden Fall noch. Klick rein. Also, was ist bei dir kaputt? Ähm. Bei ihm war es die Grafikkarte, ne? Ja. So, der ist hochgefahren. Also, da war es die Grafikkarte. kannst du sehen was der monitor verbraucht und sowas auch nicht schlecht also kann ich das wird hier auch machen sondern erst mal hier sind entschied ist hier das habe ich denn hier noch power ups also habe ich freigeschaltet spiel speichert jetzt halt immer doch mal machen bist du fertig er läuft noch wo auch noch eine weile dann lass uns mal im feierabend machen miete zahlen 800 vor willst mich verarschen warum ist das so teuer dass wir diesen aufkloppen der folge geht mir irgendwie auf den sack und da gucken wir gleich mal bei den pcs also bei dem heißt die cpu habe ich sie denn die ist kaputt neu einbauen dann machen wir direkt die komponenten wieder drauf aber hier kommt die grafikkarte rein was wir nachher so viel zeit sparen wir nur einfach alles automatisch machen kannst das kann man schließen was dachte unser tablet denn kaufen aktuell nicht weil kein geld aber er ist doch für 800 verkauft worden und er ist verkauft worden ist sogar er ist sogar verkauft worden natürlich ein bisschen weniger gewinnen bekommen schade aber der eine ist ausgegründet worden kann man das immer sehen aus der dem hinbekommen oder so was wir haben wieder 1700 das heißt wir können ja geld ausgeben das ist das was mich gerade ein bisschen stört so upgrade wir machen jetzt auch noch diese folge und dann haben wir auch gleich auf ich muss die sachen auch immer mal hochladen also ich 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 das ist nach den pcs wie sieht das hier aus dem ausführen bist du fertig so bt ist fertig so 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 das kostet bestimmt ordentlich das war so das automatische anschlusswerkzeug oder wie gerade noch zu geizig muss ich sagen weil ich habe jetzt gerade nicht allzu viel wir wollen ja versuchen natürlich noch per pc zu verkaufen obwohl ich könnte eigentlich das automatisch dass ich den pc nicht mehr anschließen braucht das wäre schon mal ganz schön verkabelungswert zeug das wird sind hier 16 gigabyte aufbrüsten speicher ob ich da überhaupt reinkommen weil der lüfter nämlich im weg ist natürlich nicht dran genau das wollte ich haben dass das automatisch geht dann haben wir schon mal ein problem weniger prozessor kühlung danach kommt das andere mit dem sachen kabel automatisch eingepackt werden und sowas als 2000 sollte man nicht relativ fix hinbekommen also wäre noch ein paar pcs zu verkaufen ist dann denke ich dass wir das relativ schnell hinbekommen werden und genau und 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 da können wir nämlich auch weg das ist aufkleber neue teile verfügbar ist uninteressant was brauchst du auf 2000 gigabyte speicher auf ist das ja das sollte reichen aber machen wir noch ein bisschen fast was es war das ho was auf Untertitelung des ZDF, 2020 Versuchen wir was mit 900 Ein bisschen mehr verkaufen, damit wir auch ein paar PCs hier Guck mal, ich habe ja verschiedene, ach Symbole habe ich hier auch noch Warnschilder habe ich hier, guck mal hier Kann ich nicht auch noch, ich will aufs Glas kleben können hier, pass auf hier Farbe festlegen kann ich auch, machen wir es bei in Gelb Stätigen So, letztens Inzündlich Tieflich Ich wusste gar nicht, dass man noch Warnschilder drauf machen kann, nice So, 900, sagen wir mal 1200 Ich kann nicht hier, gehen 1300 Ich will die upgrades, ich will upgrades, also muss ich verkaufen, das nützt alles nix Wir wollen verkaufen, ich kann nur für PCs, nice Uvp 855, nö, 1001, aber 1000 Und, wie hoch sah die Chance 87 Uvp 755, ja das ist okay, mal das verkaufen, einen können wir noch verkaufen Nicht eigentlich auch andere Farbe, Spüldose aufbringen Das ist das hier Kann ich dann nachher noch Folien dran machen Das wäre auch noch krass Eine Folie, Formen Was haben wir denn noch, Warnschilder, Symbole, Emojis Aufkleber, Spiele, Essen Ewega 1.300 4.500 Kaufen Wenn du das nämlich verkauft kriegst, dann kann man nämlich neue upgrades kaufen Ich werde jetzt erstmal noch ein paar PCs kaufen Lass das nicht Recycler Ja, aber ich kann damit Geld machen, das ist halt das Schöne Kann damit halt Geld machen So, machen wir mal Feierabend Farke Bänden Und dann gucken wir mal Also da gucken wir zumindest noch rein, was wir verkauft haben Das sind direkt die neue PCs, die wir hier wollen können So, kassieren, gewinnen 637 Kassieren, kassieren Die haben ein mit ist So, die nehme ich schon mal auf hier Die lasse ich mal aufholen Die kann ich eigentlich auch schon mit rüber nehmen Die kommen auf unserer Werkelbank hier 2000 Ich könnte euch das nächste Upgrade kaufen Nice Wenn wir uns dann noch eben fixen und schnell machen alle verkauft bis auf einer 80 prozentige chancen zu verkaufen er muss weg in der muss mich upgrade die nämlich mal mit wenn man dem mit da kommen wir die emojis drauf machen burger aufklingen essen burger weil wir kurz gucken wollte der denn dass wir da irgendwas aus glas machen dann löschen den x2 da kann ich mich direkt warum ich das nicht mache mache ich das immer weg der shop sein rest machen der nächsten folge